Hey, danke fürs Einschalten, schön, dass ihr da seid. Die meisten werden es wissen, was Sache ist. Bitte keine Spoiler oder Backseat Gaming in die Kommentare hauen. Für die, die neu sind, hier auf YouTube, einfach zurückhalten. Wäre sehr lieb. Zurückhaltung, kann man das essen? Ja, manche sollten vielleicht ein bisschen was davon essen. War hier noch irgendwo einer? Oh ne, da kommen jetzt gleich die Boys da oben. Komm mal mit runter, ich hab keine Lust gegen zwei von euch zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie gut ich mittlerweile bin. Okay, so gut bin ich mittlerweile. Aua. Dann könnte ich auch den mal da oben probieren, ne? Den hab ich das letzte Mal... Ja, komm, testen wir es mal. Testen wir den Kollegen hier mal an. Autschi. Jupp. Gealterter Edelstein. Armbrust des Ritters. Cool. Müsste man nach und das und das und das töten. Genau, da ist nämlich noch eine Leiter, aber ich vermute mal... Du alte Lady... Ja, die sagt das gleiche wie auch sonst. Hier hab ich die Leiter. Ja, das wird dann... In dem Fall komm ich da... Weiß ich nicht, wann ich da wie hinkomme. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Vielleicht doch irgendwie über die Mauer oder so... Oder da rechts rum irgendeinen Weg verpasst, den ich da noch nehmen könnte. Ach, das ist doch... Ich guck noch mal bei der Lava unten. Wo der Typ mich vorhin so hart verprügelt hat mit seinem Drachenschwert. Ich hab im ersten Mal die Oma gekillt. Okay. Naja, wenn ich das nächste Mal hingehe und sie immer noch den gleichen Unsinn von sich gibt, weiß ich nicht, wie sehr ich davon genervt sein könnte. Ich hab vorhin auch den... Den depressiven... Unkindled One im Ding gekillt, weil er mich geärgert hat. Sie hat was getroppt, aber... Ja, natürlich. Hier droppt jeder irgendwas. Ah, okay. Also. Unten in der Gruft bin ich gefühlt noch nicht... Da fehlt noch was. Ich bin hier noch nicht durch. Jetzt frage ich mich gerade, was in der Richtung noch war. Oh, wow. Ach, dieses Geräusch von denen ist so geil. Aber von hier bin ich doch gekommen und hab dieses Leuchtfeuer gefunden, oder? Nee. Nee, hier war nix mehr. Stimmt, da ging's... Nee, hier war nix mehr. Ich erinnere mich. Also muss es hier unten irgendwo sein. Dann kämpfe ich mich doch mal in aller Ruhe hier nochmal durch. Den Nebelscheiß lassen wir mal schön bleiben. Hm. Okay. Ach, du kannst am Leben bleiben. Da liegt sogar noch mein Loot. War das viel? 900. Nö, war für'n Arsch. Und es ist ziemlich für'n Arsch, dass ich hier gerade so viel Schaden krieg. Hey, Ratti. Grüß dich. So. Ich hab' halt voll keinen Bock. Also, hier ist die Lava-Grütze. Aber hier kann ich auch nicht irgendwie runter droppen für ne Abkürzung oder sowas. Ne. Und die Ratte kommt nicht. Und die Ratte kommt nicht. Scheiß drauf. Durch. Wo bin ich denn? Ah, hier. Genau. Hier kommt der Typ von unten. Ha. Ha. Ah, den muss ich ausweichen. Den kann ich nicht. So. Hi. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war's. Boah, Alter. Wie er mich verprügelt. Boah. Ach, gut. Ach. Rauch-Ultra-Großschwert. Schwarzeisen-Großschild. Ring des Ritterschlechters. Okay. Ring des Ritterschlechters. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Könnte geschickt sein für manche Gegner. Hm. Blöd. Tja. Satz mit X. Hier ist nix. Ja. Der haut halt zu wie ein Truck. Ja, ja. Das hab ich schon. Das hab ich verstanden. Okay. Aber dann... ...war ich doch überall. Oh, probier ich's jetzt ohne Heilung nochmal da hoch. Hm. Aber da oben war auch nix. Wo ist der Boss, der mir die Puppe droppt? Hm. Irgendwo. Ja. Ja. Okay. Okay. Scheiße. Hab ich irgendwas, was mich heilt? Ja. Ich hab was, was mich heilt. Zumindest. Oder heilen die? Die heilen doch, oder? Ja. Ja, ich... Ich hab schon überlegt, ob ich ne Lies of Pi-Referenz raushauen soll, wegen Puppe. Ich hab's bisher... ...hab ich's mir verkniffen. So, jetzt will ich erstmal... ...euch. Weil ihr seid jetzt... ...ir seid das Nervigste hier in dieser ganzen... ...Gegend. Ach, dass ich die nicht anvisieren darf. Ey, hör auf! Eins. Nächster, bitte. Okay, sie kriegt einfach keinen Schaden. Sie hat einfach keinen Schaden bekommen, die dämliche... ...Mistsau. Puh, okay. So, euch muss ich wieder zweimal killen. Warten wir kurz. Steht ihr auf? Diesmal nicht, oder wie? Okay. Gut. Von mir aus. So, jetzt zu dir. Warte kurz. Äh, warte kurz. Ich will mich hier nicht nochmal durchschlagen müssen. Wie, darf ich nicht? Oh, scheiße. Fuck. Was ist hier noch so? Nee, hier unten habe ich ja auch geguckt. Da war doch... Da bin ich doch in alle Ecken gerannt. Da war auch nix. Und da oben war doch kein Boss-Eingang. Da war nur die Balliste. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Das ist ein bisschen ein Scheiß, weil der macht mir nämlich auch Schaden. Aua. Naja. Okay. Ja, scheiß auf die 9000 Seelen. Da oben ist nix. Da bin ich... Ich bin da falsch. Aber wo? Okay, Leute. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem ich sagen muss, einfach für das bessere Zuschauererlebnis müsst ihr mir, glaube ich, sagen, wo ich hin muss. Weil... Was ist das? Warum habe ich das beim ersten Mal nicht gesehen? Polyant der Grabwächter. Okay. Weil es ist ja so, ähm... Ich könnte jetzt alle Gebiete nochmal durchlaufen. und jede Ecke durchsuchen. Das zögert eigentlich nur meinen Fortschritt hinaus. Also... Das Gebiet vor dem Giftsumpf... Wait. Hier? Ja, ja, ich wäre halt in alle Gebiete nochmal... Sumpf hatte ich ja schon erwähnt, so. Da könnte es noch was geben, aber... Ich mu... Das ist einfach jetzt... Das ist jetzt einfach beschleunigen das Unausweichlichen. Das war zu früh. Also noch ein Leuchtfeuer weiter hinten. Das ist einfach... Das war ja auch. Wie ist das? Hier irgendwo? Okay. Okay, genug Backseed-Ding, ja. Ja, ja, das reicht. Das reicht vollkommen. Wenn ich jetzt schon mal weiß, dass ich halbwegs richtig bin, alles easy. Ah, ja, okay. So, jetzt ist nur die Frage, wo? Oh, hi. Was macht ihr denn noch hier? Okay. 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 Du Ratte. Okay, da hinten war ich schon. War ich hier unten drin? Ich glaube, hier war ich schon. Da unten. Okay. Ja, super. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Da hinten ist immer voll zu spüren. Ich bin ein Zeug! Ich bin ein Zeug. Oh, hast du mich erschreckt. Machen wir bitte nicht mehr. Hey, okay. Scheiße. Okay. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob das die richtige Richtung ist. Ich weiß, dass ich hier lang gerannt war. Ich glaube, hier lang war ich gelaufen, als ich da hinten zu der Mauer bin. Und dann habe ich das ganze Gebiet hier links ziemlich ignoriert. Ich bin hier nur mal bei der Krabbe, habe ich mal vorbeigeguckt, bei der großen. Ich glaube, der hat mich ziemlich erschreckt. Warum lebt der eigentlich noch? Ah ne, hier war ich schon. Ne, den habe ich hier runtergeschmissen. Stimmt. Der war schon tot eigentlich. Warum lebst du? Riesenkeule. Kehr um, lol. Ne, ich glaube, da hinten war schon gut, wo ich gerade war und gestorben bin. Große Seele eines unbekannten Reisenden. Also, weil da hinten weiter, da komme ich ja dann Richtung Würst. Krieger schlafen voraus. Okay. Ich glaube, ich bin hier schon ganz gut. Schauen wir mal noch hier hoch. Eine Pieke. Ring der Opferung. Okay. Ja, genau. Hier war der, hier ist der Durchgang zu den Boys. Und hier ist einer ums Eck. Hä? Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist da das Loch zum Reinfallen. Das lassen wir mal. Ich versuche es zu vermeiden, in Löcher zu fallen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier gerade jemanden hinter mir gehört. Das ist neu. Hier war ich noch nicht. Oh. Kristallweiser. Nee. Okay. Okay. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? ... Ja. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ey, nee, 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 nee. Wir werden jetzt hier nicht drauf gehen. Na bitte, geht doch. Und jetzt gib mir die Puppe, bitte. Seele eines Kristallweisen. Keine Puppe. Schweinerei. Ja, ist ja gut, Jungs. Ist ja gut. Was soll denn ein Kristallweiser mit einer Puppe? Ja, okay, Entschuldigung. Runter mit dir. Tschüss. Ich habe aber nur vier Flakons. Ach komm, egal. Bisschen mitdenken, ja, ja. Ey, du lebst ja noch. Hast du Loot für mich? Hey, Blade. Einmal auffüllen, bitte. Und weiter geht's. Habe ich nicht einen Kumpel von dir gerade vorhin erst gekillt? Ja, jetzt bist du ja angepisst, ne? Nope. Uncool. Jetzt bin ich angepisst. Und warum sind hier zwei? Ich höre doch den anderen. Ja, ja, ich habe dich schon mitbekommen. Und warum kommen jetzt hier auch noch Hunde? Muss doch jetzt nicht sein. Echt nicht. Oh, oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich muss mal ganz kurz... Warte, ein Moment. Danke. Okay. Warum ich da gegen zwei von denen kämpfen muss. Jetzt bin ich ein bisschen fies. Spinnenschild. Und ich hasse... ...jegliche Art von Bogen- und Armbrustschützen, die irgendwo in der Entfernung stehen und auf mich schießen. Unterlassen sie das. Oh. Stopp. Ich verbitte mir dieses respektlose Verhalten. Oh, hi. Wo ist der andere Köter? Ist jetzt genug... Warum habe ich immer noch sieben Flakons? Ich bin verwirrt. Der da hinten hat Loot. Warum habe ich den Loot nicht mitgenommen? Man weiß es nicht. Vera Bolzen. Hier steckt auch noch einer in der Schulter. Ach, klasse. Hi. Ist hier irgendwo einer? Nee. Hier wird nicht explodiert oder sonst irgendwas gemacht. Wir bleiben alle ruhig. Wir bleiben alle ganz ruhig. Keiner muss in die Luft gehen. Estus-Scherbe. Nice. Ähm. Das lädt so zum Runterspringen ein und da hinten geht's weiter. Okay. Mal gucken nachher. Jetzt bin ich erst mal interessiert, ob es hier nicht doch irgendwo vielleicht noch ein Leuchtfeuerli gibt. Ah ja. Guck an. Ah. Merkifle Gottes. Mother of the Forlorn. Who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve fire for Ariandel fire for Ariandel fire for Ariandel and the ash to kindle flame. Stürbst du oder was passiert? Ich glaube, er ist kurz vorm Abnippeln. Hey. Warte. Du hast... Du hast den gleichen Sint wie die Frau. Dann musst du ein Aktionärer sein. Ja. Du musst... Hab ich schon mal von gehört. Du wirst nicht wissen, wie lange ich suchte. Das ist... Das ist... Der Herr der Schildkröten. Habt ihr das gesehen? Als ihr mich angeguckt habt? Oh. Nicht mindestens, dass ich nicht so ausfallen will. Jetzt, Aschen-One. Ich habe eine Rundheit, um dich zu fragen. Meine Frau ist in der kalten Land der Aktion. Ariandel. Ich brauche dir, um ihr Flamme zu zeigen. Eine richtige Flamme, die die Röder nicht verbringt. Wenn du wirklich Asche bist, dann muss es Feuer sein, das du siehst. Äh... Ja, mache ich. Herr der Schildkröten. Irgendwem soll ich Feuer zeigen. Das Schildkröten von Ariandel. Well... 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 Rötter Schildkröten, das ist... Das ist... Geh... Take it... Touch it... Ich hatte jetzt nicht vor, in einen DLC zu gehen, um ehrlich zu sein. Das ist doch, das ist doch DLC hier gerade, oder? Und dann waren die Blöcke auch. Ich hätte ihm doch einfach den Popo-Pixer geben sollen, ja. Schildkrötenschweinebacke, richtig. Ah, 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 have you just arrived? How very unusual, just how long has it been? Rejoice, my new friend, for this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along, find one for yourself, a sweetly rotting bed to lie upon. Ah, ah, yes, of course, you're no exception, we've all seen terrible things. But you're safe now, let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead, find one for yourself, a sweetly rotting bed to lie upon. Quick, go along, find one for yourself, a sweetly rotting bed to lie upon. Quick, go along. Gucken wir uns ein anderes Mal an. Das ist, keine Ahnung, ob es DLC ist oder... Aber ich vermute mal, dass das vielleicht nicht... Lässt sich man dieser Seite nicht öffnen, okay. Dass das vielleicht nicht der Weg zum Boss ist, zu dem ich gerade möchte. Ist nur so eine Vermutung. Ich habe 18.000 Seelen, ich sollte mal leveln gehen, ha? Irgendwas ist hinter mir. Kotzen die? Warum... Da kommen immer mehr. Hm. Hm. Wie der Zwiebelritter schon sagte. Ja, die respawnen dauerhaft. Okay, fuck it. Ciao, Leute. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Außer, dass die mich hier ankotzen und mich verprügeln wollen. Nee, ne? Du bist was anderes. Du bist was ganz anderes. Oh Gott, ich hab keine... Ich hab Angst, hier stehen zu bleiben. Und hier explodieren schon wieder Dinge. Wer schießt denn jetzt? Ich hoffe, das ist mein Kumpel, der hier rumballert. Mit dem ich Frieden geschlossen hab. Ja, er scheint es zu sein. Okay. Cool. Bombs! Ach, den Bogen, den würde ich auch gerne führen können. Den er da nutzt. Ja, schon geil. Großschild. Okay. Okay. Huh. Wo komm ich jetzt hier raus? Hä? Ich check's nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ich bin hier jetzt einfach... Einfach entlang gerannt und hab Dinge entdeckt. Und hab mir nicht so richtig gemerkt, wo ich schon... Wo ich war, wo ich herkomme. Bunkeltitanin nehme ich natürlich liebend gerne. Hä? Da komm ich doch auch da unten entlang, wo ich hier jetzt... Ich bin leicht verwirrt. Sollte ich jetzt die Leiter nochmal hochklettern? Oder sollte ich mich hier unten umgucken? Ich weiß es nicht. Ah, mit dir will ich mich nicht anlegen. Ey, stopp. Giftbissring. Okay. Und eklige Geräusche... Eklige Geräusche hier. Was ist hier noch? Nix. Was war das denn jetzt? Ah. Da will ich nicht runterhüpfen. Das sieht aus wie die... Kapelle. Aber ist das die andere Seite? Nee, oder? Nicht, dass ich, wenn ich da runterhüpfe, jetzt nicht mehr hier hochkomme. Was zum... Ich check's nicht so ganz, wo ich hier bin. Was ist das hier für eine Abkürzung? Das macht doch ja... reichlich wenig Sinn, alles. Aber hey, ich hab's mal aufgemacht. Wer weiß. So, und das sieht aus wie eine Bostür. Und warum stehst du hier so rum? Hey, oh, oh, wo kommst du her? Wait. Hä? Warum kann ich keinen Flakon benutzen? Hä? Hä? Leute, was ist das? Warum? Was für ein Schmutz. Jetzt geht's. Hä? Was war das seltsames? Mach mal Loch auf hier. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ah, nein. Ich dachte, ich komme jetzt hier an den Bosskampf. Hey, Herr Ambrustschütze. Es freut mich, dass Sie zu mir gekommen sind. Aha. Guck mal an. Der hat das gemacht. Jetzt kann ich nämlich wieder nicht benutzen. Okay. Nee, nee, nee. Kleiner Kobold. So nicht, Freundnase. Hey. Haha, hallo. Könnt mal ein Leuchtfeuer gebrauchen, Leute. Schnauze. Nein, nicht runterfallen. Ich will nämlich nicht so weit laufen müssen. Alte Hexe. Oh, 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 oh. Wartet kurz. Wartet kurz. Wartet kurz. Easy. Untoten-Jäger-Amulett. Ja, ich bin auf jeden Fall Untoten-Jäger. Oh, hi. Oh, hi. Hallöchen. Ihr Schweinebacken. Ey. Reicht dann auch wieder. Ach, wie viel Loot und das wird alles in mein Lager verschoben und benutzen tue ich es am Ende sowieso nicht. Aua. Warten Sie bitte. Oh, okay. Ich hab's so gewusst. Und nochmal zwei. Ihr seid ja Arschgeigen. Ihr seid ja... Nee. Och, Mann. Ha. Ey, ich bin so weit gerade gekommen. Einfach hier durchgerusht, mehr oder weniger. Och, Mann, ey. Sterbi, sterbi. Ja. Äh, Sonnenmist. Aber ich bin ja nicht blöd, gell. Ich bin ja nicht blöd. Jetzt weiß ich, wofür diese Leiter ist. Ha. Ich hab's verstanden, Leute. Okay. 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 Ja, ja. Hier wird jetzt gar nicht lange rumgemacht. Mit euch hab ich auch keine Lust, mich anzulegen, um ehrlich zu sein. Macht ihr mal... Oh. Okay. Macht ihr mal alle euer Ding. Ich zieh weiter. Ihr könnt, ihr könnt. Ja, ja. Schießt ihr mal alle auf mich. Ist schon okay. Äh, wo ging's hier nochmal weiter? Nee, warte. Ah. Hier unten. Stopp. Du stehst im Weg. Ich will meinen Loot. Das sind nämlich ganz schön viele Seelen hier. Alter. Reicht. Ja, 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 ja. Jetzt ist genug. Ja, okay. Hahaha. Okay. Vielleicht muss ich doch den einen oder anderen killen da auf dem Weg. Hahaha. Zumindest sind meine 25.000 Seelen erst mal gesaved. Äh, schade. Aber komm, weißt du was? Ähm. Für was hat man's denn? Ey, ich hab sowas von überhaupt nicht damit gerechnet, dass hier noch so ein Riesengebiet am Start ist. Ich dachte, ich laufe jetzt hier geschwind um die Ecke und bin dann bei dem Boss, der mir die Puppe gibt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich das hier machen muss. Krass. Okay. Reicht. Kein Loot. Scheiß drauf. Lass mal gut sein. Nee, warum tust du mir das an? Ey, Alter. Nee, 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 nee. Von wo kommt der Bogenschütze? Und da wirft einer mit hässlichen Dingern auf mich. Von wo kamen jetzt die Pfeile? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bestimmt von euch. So, jetzt nochmal. Einmal. Einmal der. Ah, ich durfte wieder nicht anvisieren. Mega. Ey, hier drinnen droppt noch einer runter. Ihr seid, das sind solche, die, die miesesten Mistratten. Diese kleinen Bastard. Wo kommt der nächste her? Warum? Hört auf jetzt. Es reicht. Genug. Wo kommt ihr her? Aus dem Nichts. Mann, ey. Fast nochmal draufgegangen an der Nummer hier. Muss ja wohl echt nicht sein. Oh. 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 Ich müsste doch jetzt hier langsam an den Punkt kommen. Wo ich die andere Tür nach unten öffnen kann. Bei dem Leuchtfeuer. Wo ich auf die andere Seite der Tür komme. In der Kirche unten. No. Ist das so ein, ist das irgendwie so ein, ist das da ein Dark Souls Insider? Ach, guck mal, da sitzt auch einer und wartet. Und da auch. Guckt sie euch an, die kleinen Bastarde. Geht hier irgendwas? Warum kann ich hier hoch? Einfach nur so. Aus Jux an der Freude. Okay. Die kleinen Kobolde brauchen ja auch eine Möglichkeit. Okay. Oh, Mann. Eine Tablette einwerfen. Oh, je, oh, je. So schlimm, krank, dass man Medikamente nehmen muss. Das ist übel. Er will mich abstechen. Oh. 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 Er will mich aber anders abstechen. Oh. Hallöchen, Dicker. Oh. Aua. Ähm. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich jetzt hier zuerst langlaufen will oder hier. Ich glaube, ich gucke mir erst das hier an. Ey, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? nochmal irgend so ein Random Boy, der von der Seite reinspringt, ey. Mann, 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 Mann. Noch eine Glut. Okay. Passt. So. Aber an alle, die auf YouTube eingeschaltet haben, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, wenn es dann in diese wilde Kathedrale reingeht. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.